Musik 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 Ja, ich habe es so kommen sehen, so ein bisschen. Nein, natürlich, in erster Linie denkt man, mein Schatz, hat es müssen sein. Auf der anderen Seite, jetzt nehmen wir es so, wie es ist und wir werden alles geben, um den Deutschen da ein richtig gutes Spiel zu liefern. Und wir haben die Ambition, da in die nächste Runde zu kommen. Und deswegen, wenn wir da noch einen Punkt oder drei brauchen, dann werden wir es da versuchen zu holen. Musik Also die Freundschaft ist einfach voller Respekt und die Arbeit, die er geliefert hat, jetzt die letzten acht Jahre, ist einfach phänomenal. Das ist wirklich toll, den Entwickler der deutschen Mannschaft anzuschauen. Natürlich auch gefüttert aus einem Jugendsystem, das jetzt so viele junge Spieler herausgebracht hat. Und da wünscht man sich einfach, dass jetzt irgendwann mal ein Titel dann da ist. Man ist reif für einen Titel. Natürlich ist es schwierig, in Brasilien Weltmeister zu werden, weil es noch nie ein Europäer in Südamerika geschafft hat, Weltmeister zu werden. Aber den Anspruch stellt sich jetzt Deutschland aufgrund dieser tollen Generation, die da ist. Und der Jogi macht eine fantastische Arbeit da. Und ich gönne ihm das über alles. Aber natürlich in dem Spiel gegen uns hoffe ich, dass wir ein bisschen mitreden können. Ich bin einfach nur froh, dass ich da mit dran arbeiten durfte, das Ganze aufzubauen. Also die zwei Jahre vor der Weltmeisterschaft 2006 waren sehr, sehr intensiv. Das waren natürlich auch die WM im eigenen Landestand und einen ganz anderen Stern. Und da diese Aufbruchstimmung dann mit anzutreiben, mit dem gesamten Stab und mit der Generation von Spielern, das hat mir riesen Spaß gemacht. Aber danach war es dann alleine die Arbeit von Jogi und von Oliver Bierhoff und dem Trainerstab und den ganzen Spielern, die nachkommen jetzt. Da schauen wir natürlich schon ein bisschen neidisch drauf, wie viele junge Spieler da immer wieder jedes Jahr hervorkommen aus dem deutschen Nachwuchssystem. Und deswegen ist natürlich auch der Anspruch viel größer. Der Anspruch für Deutschland ist, Weltmeister zu werden. Der Anspruch für die USA ist es, in die K.O.-Runde reinzukommen. Da wollen wir hin und dann schauen wir mal. Ja, also natürlich schauen wir mal ein bisschen rüber auf die Deutsche Bank hier und da, weil man hat die ja letztendlich aufgebaut. Aber wenn das Spiel dann losgeht, dann drückt man seiner eigenen Mannschaft alle Daumen. Und da haben wir natürlich schon auch den Anspruch, mit den USA richtig mitzuhalten und mitzuspielen. Und wir haben uns so langsam herangetastet an große Nationen. Wir haben achtbare Ergebnisse in den letzten zwei, zweieinhalb Jahre eingefahren gegen gute Namen. Und das wollen wir jetzt bei einer Weltmeisterschaft beweisen. Das ist die, gleicheinhalb Jahre im Moment. Das ist die, gleicheinhalb Jahre eingefahren. Und das ist die, gleicheinhalb Jahre eine Art und Weise. Und das ist die, gleicheinhalb Jahre eingefahren.